Nein, ich bin wieder unabsichtlich in eine Runde gegangen. Ey, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Egal, let's go. Ich würde sagen, wir haben eine Bibi und einen Mortis as mate. Okay, die Gegner haben Tara, Bo und Nita. Okay, Bibi ist durchgegangen. Ich würde sagen, ich hole mal die Nita. So. So, die Nita war extremst lost. So, ich würde sagen, wir machen einen Trickshot. So, let's gooo. Okay, wir haben den Trickshot einfach komplett gefehlt, Leute. Ja, ich würde sagen, die Nita haben auch. Let's go. Spiel mir, Bibi, spiel mir. Was? Wahrscheinlich, oh mein Gott. Ey, Junge. Ey, der Gang ist ja voll schwer. Bruder, ist ja gar nicht mal so leicht. So. Die Tara war einfach vor der Linie der Ball. Okay, ich würde sagen, der Mortis, was macht er? Ja, moin. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt hoch. So, was macht die Bibi? Okay, sie hat den Ball. Ich würde sagen, wir müssen die Tara und den Bo wegholen. Okay, die Tara hat ihre Ulti. Der Mortis, ja okay, ja stabil. Perfekt, hat die geholt. So, jetzt muss die Bibi da durchgehen. Holt die Nita und ich kann das so machen. Jetzt gooo. Ja, moin. Und was? Oh mein Gott. Lol. Einfach die Ehre genommen. So, okay, perfekt. Also 1-0 für uns. Der Bo hat die Minen reingehaut. Hat sein Gadget benutzt. Okay, er kriegt dann bald nochmal seine Minen. So, perfekt. Ich gehe rein. Kann ich das Tor machen? Nein. Ich kriege Laser. Laser des Todes von Bo. Okay. Ich würde sagen, kriegen wir jetzt das Tor? Ich hoffe nicht. Nein, wir kriegen das Tor. Wie? Oh mein Gott. Wie knapp war das? Ich hätte ihn einfach nur einmal anhitten müssen. Die Tara hätte ich einfach nur einmal anhitten müssen. So, perfekt. Bibi hat das gedaffed. Spielt vor. Okay, die Tower. Ja, moin. Double. Ja, moin. Einfach Double. So, es steht 1-1. Wir müssen jetzt das Tor machen. Der Mortis geht vor. Schafft das Tor? Nein, er fehlt auch. Sein Trickshot komplett. Okay, aber wie viel Schaden kriege ich? Okay, West in Peace. So, die Bibi spielt gar nicht so schlecht. Das muss da jetzt schauen, dass sie das irgendwie deft, dass ich vorkomme. Wenn ich dann vorne bin mit meinen 7700 HP, sollte ich das eigentlich schaffen können, uns das Tor durch zu waschen. Okay, ja. Perfekt. Okay, alle drei leben noch und die Tara hat die Rolke. Oh mein Gott. Das war's schon. Montezag, stopp. Montezag, stopp hier vor Ort das Team. Jungs, das war's ja komplett. Bruder, es tut mir leid. Ah, Mann, was für eine Erfahrung. So. Ehre genommen von der Tara. Lost MP4, man kennt ihn. So. Nita holen wir auch auf ganz entspannt. Okay, der Bo geht durch. Mann, Nitas, ihr Bär. Boah. So, Bibi spielt richtig stabil. Ja, sie zerstört halt komplett. Bibi, stabil. So, Nita ist auch weg. Brauch, die Minen. So, let's go, Bibi. Spielt ihr mir oder nicht? Nein, sie spielt mir nicht. Boah. Okay. Boah, jetzt kann ich das Tor machen. Let's go. Boah. Boah, boah, boah. Und, wohin schieß ich? Dein Sack. Und, der Bo weicht aus? Boi. Digga. Was? Ich dachte, der Bo weicht noch aus in die Mitte ein bisschen weiter, weil er jetzt sicher denkt, ich schieße jetzt in die Mitte. So, let's go. Boah. Boah, ey, die Minen regen anders auf von Bo. Kriegt er gefühlt jede Mine ab. So. Oh. Perfekt. So, ich habe die Nita. Jetzt muss der Mortis Chancen-Bo holen. Perfekt. Und die Bibi geht durch. Die Bibi geht durch. Spielt sie mir oder nicht? Spielt sie mir oder nicht? Sie spielt mir nicht. Der Mortis. Und? Er spielt mir. Und? Ja, moin. Einfach ins falsche Geschoss. Man kennt ihn. So, sie machen jetzt nicht das Tor, oder? Boah. Ich hoffe, sie machen jetzt das Tor. Ich spawne. Und? Der Mortis wurde geholt. Und die Bibi? Ja, Bibi? Ja, Leute. Ich war einfach zu krass. Ich habe einfach alles zerstört. Und sogar Starspieler. Abgehoben, Digga. Ja. Und?